Natürlich hat sie mich gesehen. Komm schon, nur ein Schlag. Nur ein Schlag, wir wissen, wo wir hin müssen. Mami, lass mich da durch. Wir gehen jetzt immer weiter, dann schaffen wir das noch. Gott, ist die schnell, die alte. Weiter, komm. Das Wichtigste, speichern und heilen. Jetzt kann es weiter gehen. Oh Gott, ich dachte schon, da steht einer. Das ist nur ein Wagen. Okay, damit können wir gleich was machen, aber wir gucken nochmal in die Richtung. Ein Glück habe ich noch einen Schlag ausgehalten, das wäre es ärgerlich gewesen. Und unten hast du dich ja doch schon ganz gut orientieren können, aber ich hätte keinen Bock haben, nochmal alles hier zu suchen. Hier kann es, glaube ich, auch nur nach vorne gehen. What did you do to her? You can't keep a secret for yourself. Was hat das wieder zu bedeuten? Blake kann kein Geheimnis für sich behalten. So, wenn wir hier wieder die Schiene so machen. Machen wir jetzt wieder so. So. Das würde uns wohl nix bringen, ne? Wir sollten nämlich den ganzen Weg wieder zurück. Wenn das Ding mit Schmackes und Anlauf da dagegen schleudern, dann sollte es doch aufgehen. Und wir zeigen, ob hier reicht. Los geht's. Okay, das ist wohl eine Sackgasse. Ach ja, die Minen sind aber echt kein schöner Ort. Hier ist alles so... ...so eng, ja. That's what he said. Und das ist... ...ist nicht so meins. Hm-hm. Er ist zu eng, eng, eng. Schuhe nicht gewöhnt. Ach, hier ist eine Treppe. Eine Leiter meine ich, aber... Hm, super. Mitten ins tiefe Schwarze. Wer ist? War da Ende? Ja, da war Ende. Oh. Hallo, Skelettfreunde. 800 Fuß unter der Erde? Weiter geht's. Oh, Baby, davon geh ich aus. Oh nein, ich dusche wieder. Oh, ich glaube, nach wie vor liebt mich niemand so hart wie Papa Knotus tut. Aber bei dem wird's richtig sexuell. Wie schnell die einfach ist, ne? Ne, Junge, dann sprintet doch auch mal. Was macht's halt? Der war da eben in der Spur. Mal grad nach hinten gucken. Wo ist sie denn? Oh Gott, ne. Och nee. hier was ich sehe die Viecher sind wieder überall ich gehe mal auf das Licht da hinten zu das ist bestimmt immer gut wenn wir da aufs Licht zugehen und da irgendwo hochkommen raus aus dem Wasser hochkommen 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 Ne, hier geht's auch nicht lang. Das muss doch hier lang gehen oder nicht? Vielleicht an der Wand entlang, aber der macht... Das sieht schon mal ganz richtig aus. Oh, Batterie. Ah, ist das ekelhaft. Ich wollte gerade sagen, das sieht noch einigermaßen normal aus. Außer, dass er halt tot ist, aber... Was waren das wieder für ekelhafte Brusteln in seinem Gesicht? Hält sind wir wieder hier. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Da oben rennt auch jemand rum. Das ist bestimmt hier unsere... Ach so, tolle Freundin da oben. Mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Wir müssen also weiter hoch. Hm. Ich habe schon mal keinen Zweifel, dass wir hier rüber müssen. Zack. Aha. Nur habe ich keinen Plan, wie es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Vielleicht einfach... Ja, okay, einfach hier hoch. Manchmal könnte es so einfach sein. Wo ich stattdessen runtergeklettert bin, ne? Und erneut... Habt ihr hier mal die erste Seite zum Durchlesen. Und hier noch die zweite Seite. Denn wir gehen direkt weiter ins Abenteuer. Und in den Spaß. Achs. Ach, man. Schon wieder die Kamera verloren. Wie original. Wie original. Boah. Was habt ihr mir da verabreist? Die Zeit ist wegen der Früge der Früge der Mester. Ihr Kind. Ihr Vater. Der Christ, wir deserve. Oh, mein Gott. Watch. Lynn! Lynn! Oh, mein Gott! Lynn! I help ihn! Lynn! Ich bin hier! Oh, mein Gott! Oh! 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 Sock! Oh! Christoph! Oh! 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 Aha! Ich bin mit dir. Oh! Get off! Get off me! Stop! You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No! Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. Hm. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. Was soll er einfach so seine Liebe gestehen? To ask. Didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. It's almost one day. Nein, wir scheinen offensichtlich abends noch in der Schule rum. Um, warum? Warum was? Wie, warum willst du kommen? Ich weiß nicht. Was wissen Sie, Jessica? Oh! Entschuldigung, wir... Was sind die zwei hier? Entschuldigung, Vater Lautermilch. Wir sind nach der Schule für... Journal? Wir sind gerade weg. Wir gehen zurück in die Schule, bitte. Blake? Du bist noch nicht in Ordnung, Blake. Du willst nicht in Ordnung, oder? Nur bleiben Sie mit mir. Ich möchte, die zwei, erzählen mir was du hier machst. Du bist nicht in Ordnung? Ich muss deine Eltern telefonieren? Jessica, ich muss deine Vater wiederholen? Nein, bitte. Ich möchte nur uns als Freunde sein. Niemand ist in Ordnung. Du denkst, dass du das richtig machen kannst? Jessica? Jessica, schau mich an. Willst du mit mir beurteilen? Willst du mir helfen, das richtig zu machen? Warum gehst du nach Hause, Blake? Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich habe etwas zwischen dir zwei verhörtert. Es war nicht so. Dann, was willst du? Du willst nicht weg? Du willst nicht weg? Du weißt, Schade ist ein Geist von Gott. Und du weißt, dass du richtig ausgleichen kannst. Und was du willst, ist sehr falsch. Gehen nach Hause und schaue. Bleib. Ich möchte dich bleiben. Blake, bitte. Es ist schon so schwierig. Es ist nichts, aber ich muss dich, dass du uns verlassen kannst. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles ist okay. Du kannst, junger Mann. Geh weg. Ich will gar nicht wissen, was da drin jetzt im Moment abgeht. Der, der lauter Milch. Woher? Das haben wir schon einmal auf jeden Fall, wenn nicht sogar ein paar Mal schon gehört. Aber wo war das nochmal? War das auf einem Dokument? Ach, das war diese E-Mail. Auf jeden Fall ein Pater der Schule. cloak relating aus einer Inettre quero Marin получилось. Schade. Schade. Schade decir. Schade. Schade. Helfe. Gehen wir верn. Bitte! Geh weg! Ich lasse mich allein! Ich lasse mich allein! Stop! Ich weiß nicht was du, was du gesehen hast. Das war also nicht Blake, der Jessica getötet hat. Es war lauter Milch. Ich renne gleich weg. Okay, wir sind immer noch in den Minen. Oh Gott, hier kracht alles ein. Ich bin schon weiter, weiter, weiter. Wo lang? Ne, hier lang. Boah. Boah. So. Ohne Ausdauer können wir auch nicht rennen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, er hat gerade von der Schule gesprochen. Ich dachte eben auch im ersten Moment, nein Junge, du hast nicht Jessica gefunden. Du hast Lynn gefunden, aber er redete von dem Vorfall in der Vergangenheit, von dem ein paar der laute Milch Jessica umgebracht hat. Ich habe so das Gefühl, ich laufe mit ihr einfach falsch. Okay, Griechen geht mir auch nicht. Und da kommen wir. Hm, wo zum Teufel geht es lang? Hm. 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 Was ist eine Frau in den letzten Jahren? Ich kann dich nicht gar curse. Schaut seconden beispielsweise crumbsdel Hääb for em obviously nel Bein empresse Und wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen nach unten gehen, bevor der Baby kommt. Es ist zu gefährlich. Du kannst nicht... Wir können nicht nach unten bleiben. Bitte, Blake. Okay, okay. Jesus, be careful. Fuck! Fuck! Linh! Du okay? Ich komme nach unten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss nach unten bleiben. Nach hinten! Okay. Okay. Oh nein. Tante Marta. Komm mit. Die holt uns doch locker ein. Ich würde mich an deiner Stelle trotz des Schmerzes ungerne hinlegen. Wenn diese Frau uns erwischt, kannst du ein zweites Kind vergessen. Das kann ich jetzt schon sagen. Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. Nicht so hinlegen. Was? Er hat vom Platz ge... Oh. Oh. Hört uns da. Oder ist das einfach zufällig runtergefallen. Oh, endlich sind wir Marta los. Ich glaube gar nicht, wie froh ich darüber bin. Die Eier sind gerettet. Marta ist verstorben. Ähm. Meinst du das so gesund hier lang zu gehen? Lol. Also wenn das so weiter geht, schaffen das weder Lynn noch das Baby. Wir finden hier keinen Schutz. Keinen sicheren Ort gar nichts in dieser Hölle. Oh, shit. Blake. Das ist das Baby. Ja, sie kommt schnell. There. Die Chapel. Wir können Schutz nehmen. Ach du Kacke. Was ist hier los? Das glaubt uns keiner, wenn wir es nicht aufnehmen. Die Welt war auf Feuer und das Baby kam. Ein unmögliches Kind. Ich würde nicht sagen, dass es so wie ihre kleine Frau ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. None of this ist meine Schuld. What the fuck? Oh lol. Habt ihr das gesehen? Zwei Dokumente oder Videos. Das heißt... Fuck. Das Spiel ist wahrscheinlich... Oh. Bald vorbei. Gebärdlin nenne wirklich den Antichristen. Okay. Keep going. Okay. Listen. Das花樣 wird le bloß. Ach hier, schau. Okay, möchte sie nicht, die will ein Luxusbett, alles klar. Genau, ruhe dich auf der Streckbank aus. Haha. Oh shit, 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 shit. You need to lie down. I can't do this. You can, you can do this. Oh god. Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. Ah fuck ey. Das wird keine normale Geburt. You can do this, okay? Just keep breathing. Oh fuck. Fuck. Oh god. Oh god. Keep breathing. Just push. Ahhhhh. Ahhhhh. No. 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 Lynn. Lynn. There's nothing there. Oh Jesus, God. Lynn. 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 Nein! Gott, wie krank. Nein! 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 So, Linh said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me. Or else. Or else what? Ow! Ow! Stop making it up. I got you again. Oh, Aaron. That's... That's... That's the child, isn't it? My God. You've taken care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm. The birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still... God... Is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all. Crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. Hee... Ah! Ah! I'm dying, honey. Ah! Uh... Uh... Ahh! Ah! 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 Wenn der Priester sterbt, er hat nichts zu tun. Du bist ein Kind, niemand kann von dir erwarten. Das ist nichts von mir. Diese süße kleine Baby soll wirklich der Antichrist sein. Aber es sieht stark danach aus. Erde. Und durch die Macht des Antichristen vernichtet. Wir sind wieder hier. Wir wissen nämlich noch lange nicht alles. Hey, Blake. Try to find me. I'm over here. I'm over here. I'm over here. We are here. I'm over here. So far, Blake. We are here. Don't worry. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away, Savior, listen while I pray, begging Thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like Thee. And that's it from Red Barrels Outlast 2. At this point, I thank everyone for watching for my Let's Play. And also everyone who watched until the end. And I have to say, some things ask me, or some questions still ask me why Lin the Antichrist had taken to me? Why Pater Laute Milch was a pedophile? Well, it may have been his fetish, but it is ultimately just Suspect Jessica War verliebt in Blake Verstarb aber an jenem Tag in der Schule Das Ende war ziemlich geil aufgezogen mit dem ganzen Weltuntergang durch den Antichristen. Papa Nott haben wir nochmal zum Schluss persönlich sprechen dürfen. Dennoch, irgendwie, ich weiß auch nicht. Man kann darüber eigentlich ohne Spekulationen aufstellen, wie es jetzt dazu kam, dass der Antichrist in Nin geboren wurde. Vielleicht kam es einfach von dieser ganzen Sünde damals, ja, Jessica gestorben und, äh, Mit Lin ein Kind gezeugt, auf dieser ganzen Basis, die mit dem damaligen Mord durch den Pater mit Jessica zu tun hatte und, Ach, diese ganze Sünde quasi in Lin übergegangen ist, aber... Falls ihr irgendwie mehr dazu wisst, könnt ihr es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Da wäre ich auch mal sehr gespannt drüber. Alles in allem fand ich Outlast 2. Das Schluss war jetzt doch relativ schnell zu Ende. Es war wirklich wieder mal... Stellenweise gab es wirklich gerade in der Schule sehr erschreckende Parts, wo man wirklich pure Panik hatte, totale Gänsehaut, ansonsten die heftigen Verfolgungsjagden. Natürlich wieder viel Blut, Leichen, die die ganze Atmosphäre natürlich heftigst geprägt haben, definitiv. Alles in allem war es mal wieder wirklich ein guter Horrortrip. Und, ja, bin mal gespannt, ob wir vielleicht mal irgendwann mit einem dritten Part rechnen können und worum es da geht. Bei meinem nächsten Projekt werden wir uns sehr wahrscheinlich bei Little Nightmares wiedersehen. Da wird es wieder ein bisschen creepy. Und, wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis jetzt beim nächsten Mal im neuen Projekt. Euer Darcy. Ciao. Ciao.